Geil, Leberkäsbrödle! Jetzt fehlt nur eine saure Gurke. Joschi! Joschi nein! Joschi! Like my style! Es ist schon wieder geschehen Code Red! Wir müssen uns jetzt eigenes Essen unbedingt jagen! Ih, der ganze Boden ist nass von dir! Hau ab, du Monster! Nein, nicht noch meine Gurke! So, Likey, Code Red, mein Leberwurst-Wägle wurde mir aufgefressen. Ich hab Hunger! Wir müssen was jagen! Ich hab Hunger! Alles, was dir in diesem Video geschieht, müsst ihr Joschi, äh, habt ihr Joschi zu verdanken. Wäre Joschi nicht gewesen, würden wir hier keine wehrlosen Tiere töten. Mann, das passt jetzt gerade gar nicht hier! Geht auch da nach oben? Ich glaub, heute Abend gibt's Chicken! Ich glaub, heute Abend gibt's Hase! Ich will einen Bären finden! Ein Bär? Ja, du weißt aber schon, dass der Bär uns jagen wird und nicht umgekehrt. Das schaffen wir schon! Ich hab großen Hunger! Ich hör was! Hast gehört? Da hat was geschrieben! Das war ein Hirsch! Mann, ich hör nix wegen dem scheiß Regen! Hier liegt scheiße! Oh, ich hör ihn, ich hör ihn, ich hör ihn! Warte hier! Ah, da unten! Drohendes Klopfen! Töte den Hasen, er muckt! Ey, das gibt's doch nicht, Likey! Wir müssen irgendwas finden! Ich will doch nur was fressen! Mir liegt überall scheiße rum! Die können doch nicht so viel kacken, ohne dass wir die sehen! Ich hab's ihm gesagt, wenn wir nix zu essen finden, ess mal Yoshi, aber... Ja, eigentlich müssen wir das machen, ja! Drei Meter, da bewegt sich was! Echt? Ja, er rennt hier rum! Da unten, hier unten! Hab ich getroffen! Echt? Nein, Likey! Wo? Knapp ihn dir! Direkt vor uns! Sehst du dich? Alter, ist der schnell lecker, Mio! Warte, 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 ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn! Oh Gott, ich seh ihn! Sehst du ihn schon? Ja, warte, lass mich schießen! Mach du nix! Ich schieß! Doch, 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 du machst jetzt mal gar nix! Okay, du guckst jetzt mal zu wie der Profi das macht! Bäm, Motherfucker! Warte, die Sau rennt noch! Da ist Blut! Oh nein, rest in peace! Hier, Angst, tschüss! Leute, alles, was hier passiert, ist Yoshis Schuld! Verdammt, wo ist das Viech? Hier sind Blutspuren! Hier ist Scheiße, er hat immer aus Stress hingeschissen! Gerade eben gekackt, ne Losung! Wollte grad sagen, ey, die sehlen ja echt... Die sehlen ja einen nur dem anderen ab hier! Oh, da vorne ist der Hösch, ich seh ihn, ich seh ihn! Ist der angeschossen? Es sind mehrere! Oh, warte, was? Sorry, aber er kam direkt auf mich zu! Ey, ich hab uns was zu essen gefangen! Wuhuuu! Geil! Ja, der ist angeschossen! Leute, wir brauchen unsere Proteine! Ich will einen Bären haben, Mann! Ich will einen Bären töten! Ich hab noch mehr Hunger, das war erst die Vorspeise! Ist das ein Tier? Das ist... Ist das... Oh, da ist ein Tier! Die trinken die Haschlöcher, ich wusste es! Oh, ein Schwarzbär! Links ist ein Schwarzbär! Oh! Scheiße, das ist ein Elch! Da vorne geht's weiter, komm! Wo ist der Bär? Komm her, du Dreckzau! Mann, wo ist der scheiß Bär? Ja, hört auf mit zu schreiben! Ich muss mich konzentrieren! Wer schreibt da? Hier in die Richtung! Und da schreit auch was! Vorsicht! Da vorne ist er, glaube ich! Tierruf! Oh, ein Warnruf! Oh! Hier ist Blut! Hier ist nochmal die Scheiße, oder? Ich glaube weit kann er nicht mehr sein! Ein paar Kilometer wahrscheinlich schon gelaufen! Jetzt kommen wir, du dumme Sau! Hier ordentlich nochmal hingeschissen! Ich weiß ja nicht, wie viele Kalorien der im Tag frisst, aber der scheißt unfassbar viel! Sag mal, wie viel rennt denn eigentlich die Sau? Der scheißt die ganze Zeit während er rennt, oder was? Also wenn du siehst, wenn er kackt oder so, steht immer dran, wie lang das her ist! Der scheißt alle fünf Sekunden habe ich das Gefühl! Da hinten ist er! Oh yeah, bitches! Den Penner snacken wir uns jetzt! Kann ja auch ein Herzinfarkt sterben, oder? Ich habe keine Ahnung! Verdammte Scheiße! Da vorne ist er! Da ist er! Da sind mehrere! Ach du Scheiße! Das sind zwei! Ah, den Hirsch juckt doch keiner! Ne, das ist der Bär! Was? Zwei Bären! Wo? Der rennt weg! Wir sind halt schon dreimal im Kreis gerannt, oder so! Egal, danach gibt es einen fetten Bären, da können die Kalorien wieder drin! Nur wegen Yoshi! 20 Minuten später! Der arme Leon, du! Ey, wessen Idee war das? Wie will ein Bär? Komm, wir jagen uns ein Bär! Deine! Du hast den Bär gesehen! Eine Ewigkeit später! Da ist er! Da vorne ist er! Wo? Au, warte! Äh, äh, Osten! Hinter den Bäumen! Ah! 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 Oh ja, warte! Ich höre ihn trampeln! Warte! Ja, die Drecksauke kommt auf uns zu! Das ist ein anderer Bär! Dolly Shit, das ist ein anderer Bär! Töt ihn! Töt ihn! Schießt ihn! Schießt ihn! Tot, Likey! Schießt ihn! Tot, Likey! Hast du mal gesehen, wie mein Aim wackelt? Die Blutspuren! Die Blutspuren! Ich habe ihn voll erwischt! Oh, hier ist Blut! Hier ist Blut! Hier ist Blut! Ich habe die Blutspur wieder! Hier, ich habe die Blutspur! Da liegt er! Da liegt er! Wo? Oh nein! Ist er tot! Ja! Geschlecht weiblich! 191 Kilo! Oh, seine Farbe war Zimtbraun! Likey! Schwierigkeit extrem leicht, Mann! Treffer Nummer 1! Aus Entfernung von 17 Metern! Muskelleberdarm! Das höre ich doch gern! Das war aber nicht der, den wir die ganze Zeit gejagt haben, ne? Nee! Gehen wir jetzt noch den anderen holen? Oder was machen wir jetzt? Da vorne, da vorne ist er! Die sehen, die sehen, die sehen! Was? Echt? Warte! Los! Fußspuren hinterher! Ich habe ihn getroffen, ich habe ihn getroffen! Ach, da rennt er ja! Warte! Ich kann ihn nicht abdrücken! Warum kann ich nicht abdrücken? Der kommt uns entgegen, Mann! Der kommt uns entgegen, der Lappen! Haha! Woah! Ich habe ihn getroffen! Der hat getroffen! Alter! Soll man mal sagen, ich kann nicht snipen, Mann! Wir haben ihm aber richtige Hits mitgegeben, ne? Wir müssen halt die Blutspürchen finden, ne? Wie viele Bären laufen wir eigentlich rum, verdammt? Viele scheinbar! Schwarzbär, das sieht schon mal gut aus! Ja, das war, glaube ich, der hier! Oh, oh, oh! Oh, ich habe ihn Warnrufen! Der steht vor mir! Ich habe ihn nicht gesehen! Nein, ich bin tot! Mach ihn weg! Wie du bist tot? Der Bär hat dich getötet! Dreck in meinen Tod, Mann! Oh, der hat einen Warnruf abgegeben! Ja, egal! Hau drauf! Da vorne sind Brüste! Ich habe Futspuren von einem Schwarzbär! Schwede, der ist direkt der Teich daneben! Oh, was war das? Das war ein Warnruf vom Bär! Oh, da vorne sind zwei! Ich habe sie beide! Sie sind bei mir! Oh mein Gott, vor mir! Direkt vor mir! Oh mein Gott! Oh mein Gott, vor mir! Ich schieße einen ab! Warte! Na ja, du Bitch! Ich muss nachladen! Er ist direkt vor mir! Ich muss nachladen! Er ist direkt vor mir! Ich muss nachladen! Oh Gott, er kommt auf mich zu! Oh Gott, er kommt auf mich zu! Genug! Er steht hier direkt neben mir! Hallo, Mr. Bär! Ja, Mann! Ich habe ihn voll in den Arsch geschossen! Warte, hier! Da! 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 Blut! 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 Ich muss kurz den noch töten! Dann ist Schluss! Komm, den holen wir uns noch! Der hat geschissen! Da vorne ist er! Oh mein Gott! Er kommt zu mir! Hilfe! 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 Scheiße! Runter, Mann! Der rennt da hinten! Der rennt! Wie so eine Arschge... Okay, Leute! Egal! Wir haben vier Bären getötet! Oder drei? Zwei! Fürs Essen ist gesorgt! Alle Tiere, die hier ihr Leben verloren haben! Joshi ist schuld! Bedankt euch bei ihm! Und schaut gerne das Video von Like hier an in der Beschreibung! Denn er hat auch einen Teil hochgeladen! Da seht ihr seine Perspektive! Und wir sagen wie immer AD mit E! Es war dramatisch, aber... War schee! Es war blutig, aber schee! Ja! Oh, hier ist noch ein Bär! Hier ist ein Bär! Töt ihn! Töt ihn! üог füüüü! Bis zum nächsten Mal.